Herzlich Willkommen zurück zu Tropico 5 und wir sind immer noch dabei fleißig Öl zu exportieren, um die UdSSR zum Fall zu bringen. Wir haben ein kleines Arbeitnehmerproblem, fällt mir jetzt gerade das rein. Das hat sich rentiert. Gut, die nächste Mission ist dann Mission Hoffnung. Dann schaltet wieder ein, wenn es soweit ist. Tschüss, bis bald, macht's gut.